Oh, Eskalation hier. Komm her! Leon hat Zwangs eingezogen, Leute. Der hat Angst gegen mich zu kämpfen, aber egal. Böse, wie fühlt es sich an, vor so einer Macht zu stehen wie mir? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Für die Verpflegung unterwegs ist auch gesorgt. Für ihn muss da sein, Regain muss da sein. Ich hoffe, wir werden einen schönen Tag haben. Scheiße, wir werden gerade fast in eine Reh reingefahren. Ah, Brems! Stau, Stau, Stau. Dieser Stau hat uns einfach zum Hund gemacht. So, wir sind schon mal in der Halle drin. Mit mehr seit dem Bruder Massi, Mohamed. Da vorne sieht man die Nummerngirls. Ich zoome mal ein bisschen rein. Die werden auf jeden Fall die Schilder tragen. Okay, die Polizei ist da, die suchen mich gerade. Fester Mann. Erstes Mal in Hamburg. Eronie! Viele liebe Grüße gehen an der Stelle raus an Emir, Han und Eloy. Alter, ich bin Massaks Hund. Ich muss die ganze Zeit aufnehmen, wie die die ganze Zeit mit ihren Fotos machen. Bombenstimmung. Bruder, sie zahlt zwei fast. Leute, ich lebe hier sehr gefährlich in Albansch Hochburg. Nein, Bruder, Zigeuner sind wir. Keine Albansch. Cool, cool. Albansch. Super. Ich küsse eure Herzen. Sehr schnell, die Jungs. Wir sind hier. Was geht? Mit einem Star einfach. Was für Star? Warum? Ich komme gar nicht zum Kartell zu suchen. Wer ist dieser Kartell? Sag mir deren Namen. Ich hole ihre Vorfahren vom Himmel und mache sie zum Hund. Sag, Yallah. Guck mal, wie die geht. Noci. 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 Semmi. Semmi. Der ist geist, das ist gleich besser, Mann. Ich küsse sein Herzen. Der wirkt für die Kamera. Guck mal, wie die die Hand von dem küssen. Ich glaube, da ist der Oberoberchef. Warum haben die bei mir nicht so gemacht? Was ist das denn? Diskriminierung. Heißt nicht Otto, oder? Doch, ich bin aber ein Otto. Das ist einfach. Guck mal, was für Ehrenleute. Haben mir einfach mit Getränk geholt. Ich küsse deinen Herzen, Bruder. Bester Mann. Die Kacke ist am Danken. Danke. Hier, hier. Das ist schon. Ich küsse heute Herzen. Hey, was geht, was geht. Alles gut. Alles nur Ehrenmänner. Alles nur Ehrenmänner. Alles nur Ehrenmänner. Oh, was geht, Bruder? Klar, können wir. Das ist scheiße, Alter. Links, Bruder. Was finden wir eigentlich besser? Die haben ausgegangen, um sich auch zurückzuhalten. Guck mal. Guck mal, nur stramm. Oh, guck mal. VIP. Was geht? Viel Spaß heute Abend, Sonja. Ciao. Danke. Guck mal. Guck mal. Hey, CBNG. Habe schon. Was geht? Oh, Ehrenmänner. Schüsse herzen. Guck mal die nächsten Ehrenmänner. Schüsse herzen. Danke, ihr auch. Neue Sicherheit. Neue Sicherheit. Die Kacke ist am Anfang. Nein, wir verdammeln. Bitte machst du ein Foto? Ja. Würden nur halb so viele Frauen wie Männer zu mir kommen, ich werde glücklichste von der Welt. Ein Foto ein. Von ein Foto. Für deine Frau. Das ist ein Rudge. Das ist ein Rudge. Nein, Rudge. Kein Spaß. Irgendwelche Flüchtlinge haben wir vorhin mit dem Ruch. So zitiert auf dich raufgegangen. Ich habe voll stich den Kopf. Gratis. Das ist ein Messer zu viel. Hast du mit meiner Freundin? Grüß euch auf was versprochen. Mit Masak bin ich hier. Bester Mann, Meter. Danke für dein Herz. Danke für dein Herz. Danke für dein Herz. Ich würde auch zum Kameramann degradiert. Der Ruch wird ziemlich lasch. Der Bruder nimmt diese Art Leidkritik mit. Der nimmt einfach ihr einen Hund mit. Ooooo, Eskalation hier. Was soll das? Ich gehe mal kurz zum Schluss. Hast du ein Powerbank für mich? Leider schriegt... Komm her! Leon hat schwanz angezogen Leute. Der hat Angst, gegen mich zu kämpfen. Ich bin aber egal. Security nimmt uns auf. Er hat das egal. Der ist besser. Guck mal, sein Bart ist stabil. Das kommt dein Herz wieder. Mannsnack, Digga. Der Typ sieht einfach aus, in real life wie ein Teddybär. Und das Ding ist... Was? Jetzt kommt ein Tuss auf meine Wange. Wenn ein Mann ist. Fühlst du richtig lang den Mann. Passt schon, Bruder. Gerade hinter der Kamera haben die schon gemacht. Das passt schon. Boah, wir suchen für mich jetzt das Ladegerät. Guck mal, diese Ehrenleute. Überall. Oha, was war das? iPhone. Guck mal. Ich bin nur der Schababs. So, hier will mir jemand eine Überraschung geben. Bin ich mal gespannt. Zeig mal. Guck mal, die schenken mir so ein Ding. Um Werbung auf den Nacken. Sehr, sehr schlau. Ich küsse dein Herz. Böser, was sagst du? Ahhhhhhhhhhhhhh. Hast du den Mann im Berg? Nein, muss man. Oh, ja. Ah ja. Lieber klauen, als klauen. Aber war es eigentlich super, war vor 20 Jahren und vor Strafenzeiten. Und ich rede einfach hier mit Böser und den Jungs. Was sage ich dazu? Das ist das Böse, man, aber alle Angst haben gegen mich zu kämpfen. Also da bewegt sich schon ein bisschen frr-frr-frr-rumm, verstehst du? Puuuuh! Wie geht's dir, Bruder? Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Ja, Bruder. Besser, Mann, Ehrenmann. Machst du ein Video, du? Ja. Ich bin so gut, weil du dich zu tun hast, alles klar. Was ist hier los, Bruder? Was ist hier los? Sieht gut aus. Stehst du, jeder springt mich an, George, du bist der geilste Machtbild hin und her. Hammer geil, was soll ich sagen? Aber neben dir seh ich nicht so gut aus. Wie geht's dir? Gut. Böse, wie fühlt es dich an, vor so einer Macht zu stehen wie mir? Nein. Du bist Macht. Aber wenn ich kann, dann warst du den Grund. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, erste Boxkampf vorbei. So, die Gangster stehen alle draußen. Wer wird gewinnen? Sinan oder Bösemann? Das, was Allah will, Bruder. Ehrenmann, macht für mich die iranische Flagge auf. Damit gern Dadasch. Marc auch, bester Mann. Aus Hamburg, das heißt Spiel, DIVISO! Ohaah! Ich hoffe, wer tut. Ich hoffe, wer tut. Bruder, bester Mann, ihr wolle alle abonnieren. Ich war bei Gott, ihr seid Hunde-Wähl. Ich war bei Gott, ihr seid Hunde-Wähl. Walla, Bühle aufgerühren. Oh, nur stabile Leute, ihr stößt doch eure Herzen. Was für Ehrenmänner ihr euch hier kennengelernt habt. Okay. Bösemann kommt, Bösemann kommt, Bösemann kommt! Bösemann! Bösemann, Bösemann! Bösemann, das Geist ist krank wie voll die Halle ist. Also die stehen alle mittlerweile. Es rappevoll hier. Da scheinen es heute Stress zu geben. Ja, das ist toll. Der Ball ist doch nicht nur... Ich hab ja richtig Geil. Das ist verstanden. Er geht weg. Die Bühne sind auf den Stibüren. Sie haben nicht alle geholfen. Bitte, dass ich sportlich bleibe, bitte! Einfach den größten Ehrenmann, Jan, mein Bruder. Ich habe deine Reaktion gesehen, mein Bruder. Wow, du hast gefeiert, habe ich gesehen in deinen Kommentaren. Und dieser macht die besten Reaktionen. Sehr, sehr geiler Armut, sehr gastfreundlich war schon. Bro, danke. Hier bei dem Tag gibt es keine Verlierer, nur Gewinner. Nur Gewinner, wirklich. Sehr, sehr stark. Schön, man wird rasch aufbehandelt, er hat seinen Fuß kaputt. Auch am Ende, dass sie sich angegeben haben, sich in die Augen drückt haben. Hammer, ne? Wir haben Gänseout hier gehabt, auf jeden Fall. Wer ist die Rammer hier? Ich bin die Rammer. Wer noch? Ich bin der Bruder Simran. Ich danke meinen Brüder, die heute hier waren. Mein Bruder Marc, Mazdaq, Zulus, Rene, Ramin, Ali, Amir. Sinan's Team ist stabil. Habibi Cem, Allahu Akbar, Abouz Aynek. Ich bin der Bruder, jetzt muss ich ihm aber auch folgen, wir haben die Glotte abgebildet. Ich folg der Woche. Jetzt kommt ihr alle auf einmal an. Komm her! Komm her! Sieht aus wie ein Albaner aus, Herrlich! Sieht aus wie ein Albaner. Nein, nein, egal wer zu machen. Das ist aufsache. Ah, egal! Aufsache Herz! Ich grüße Osan, Zahid, Emir, Otakhan. Ich habe schon ausgemacht. Ich bin voll der Fan, Mann. Alles gut! Und ich möchte mich hier an der Stelle wirklich bei jedem einzelnen Lord bedanken, den ich kennenlernen durfte. Es hat mir wieder mal gezeigt, dass es egal ist, woher man kommt, welche Hautfarbe wir haben oder woran wir glauben. Solange unsere Herzen rein sind und wir gerade durchs Leben laufen und uns gegenseitig respektieren, spielt alles andere keine Rolle. Das gehört zu einer europäischen Zeit. Einfach nur Ehrenmänner unterwegs. Grüße! Ich grüße Emran, Eloy, Rian, Dennis und alle Jungs. Ich will auch jemanden grüßen. Äh, Nachwa. Und Mazak. Und den besten mit dem längsten Schwanz. Okay, tschu! Boah, hier ist voll mit Polizei. So, wir haben jetzt Meersatzstudio für uns. Hier pennen wir gleich. Guten Morgen, Freunde. Nächster Tag, halb sechs. Zwei Stunden Schlaf. Hier habe ich gepennt. Ab zum Auto. Ab nach Hause. Boah. Guten Morgen, Freunde. Gut geschlafen? Einfach Autobahn gehört uns. War ein absolut geiler Abend. Der hat gerade mein Leben genommen. Ratet mal, wie der heißt. Der hat den geilsten Namen der Welt. Ever. Aller ever. Der ist einfach Mazak. Irren Mann. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.